Paul Kirchhoff ist ein deutscher Verfassungs- und Steuerrechtler. Kirchhoff hat an der Universität Heidelberg einen Lehrstuhl für Staatsrecht inne und ist Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht. Von 1987 bis 1999 war er Bundesverfassungsrichter. Am 7. Juni 2013 hielt er seine Abschlussvorlesung. Zur Person. Paul Kirchhoff ist ein Jurist auf den Gebieten des Staatsrechts, der Finanzverfassung und des Steuerrechts sowie des Europarechts. Seine Forschungen und Arbeiten haben über Jahrzehnte die Entwicklung der Ertragssteuern, des Verfassungsrechts und der europäischen Integration Deutschlands geprägt. Er ist Mitherausgeber des zehnbändigen Handbuchs des deutschen Staatsrechts und eines Kommentars zum Einkommensteuerrecht. Als Parteiloser gehörte er zum Kompetenzteam der CDU-CSU-Um-Kanzlerkandidatin Angela Merkel für die Bundestagswahl 2005 und sollte als Finanzminister ihrem ersten möglichen Kabinett angehören. Für den Fall einer großen Koalition erklärte Kirchhoff jedoch, nicht für das Amt zur Verfügung zu stehen. Kirchhoff ist seit Studientagen Mitglied der Katholischen Studentenverbindungen K. St. V. Renopalazia Freiburg K. St. V. Sachsenia München sowie Ehrenphilister des K. St. V. Arminia Bonn im K. V. Er ist seit 2016 Ehrenmitglied der K. D. St. V. Verdünnen die Prag Bamberg zu Heidelberg im CV. Er ist zudem Vorsitzender des Kuratoriums der Eugenbiser Stiftung und Vertrauensdozent des Cusanuswerks in Heidelberg. Kirchhoff ging in Osnabrück und ab 1953 in Karlsruhe zur Schule, wo sein Vater Richter am Bundesgerichtshof war. Paul Kirchhoff war Stipendiat der bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk. Nach dem juristischen Studium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde er bei Peter Leche an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit der Dissertation der Begriff der hoheitsrechtlichen Befugnisse in Artikel 33 Absatz IV des Grundgesetzes zum Dr. Jur promoviert. Danach war er wissenschaftlicher Assistent bei Klaus Vogel am Institut für Deutsches und Internationales Steuerrecht an der Universität Heidelberg und habilitierte sich 1974 an der Juristischen Fakultät für die Fächer Staats- und Verwaltungsrecht, insbesondere Wirtschaftsverwaltungsrecht, Finanz- und Steuerrecht sowie Verwaltungslehre mit der Arbeit verwalten durch mittelbares Einwirken. Von 1975 bis 1981 war Kirchhoff ordentlicher Professor für Öffentliches Recht und als Nachfolger Friedrich Kleins Direktor des Instituts für Steuerrecht an der Universität Münster. Auf Kirchhof folgte Dieter Birk. Von 1976 bis 1978 war er Prorektor. 1981 wurde Kirchhoff-Professor an der Universität Heidelberg und Direktor des dortigen Instituts für Finanz- und Steuerrecht. Von 2000 bis 2001 leitete er auch die Forschungsstelle Bundessteuergesetzbuch in Heidelberg. Paul Kirchhof ist der Sohn des ehemaligen Richters am Bundesgerichtshof Ferdinand Kirchhof SR und der Bruder des Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts Ferdinand Kirchhof. Sein Großvater war Tischlermeister und Holzschnitzer. Paul Kirchhof ist römisch-katholisch verheiratet und hat zwei Söhne und zwei Töchter. Lebensabschnitte 1987 wurde Kirchhof auf Vorschlag der CDU als parteiloser Richter in den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe berufen, dem er bis 1999 angehörte. Unter seinem Einfluss entstand der vielbeachtete Auftrag an den Gesetzgeber, Betreuungs- und Erziehungskosten von Kindern beim Existenzminimum steuerlich zu berücksichtigen. Ebenso argumentiert er, dass die Grundrechte und weitere Wertungen des Grundgesetzes einen besonderen Schutz von Ehe und Familie enthielten, der sich auch auf die Steuerpolitik erstrecke. Der Steuergesetzgebung sei vorgegeben, Ehen und Familien mit unternehmerischen Erwerbsgemeinschaften mindestens gleich zu behandeln oder besser zu stellen. Es dürfe nicht nur Unternehmern erlaubt sein, Einnahmen und Ausgaben zu verrechnen. Diese Möglichkeit müsse Gemeinschaften wie Ehen und Familien ebenso offen stehen. Neben der Steuerpolitik war Kirchhof einer der europaskeptischen Richter im Zweiten Senat, was sich besonders im Maastricht-Urteil niederschlug, an dem er als Berichterstatter maßgeblich beteiligt war. Die dort vertretene Ansicht, dass das Bundesverfassungsgericht eine Prüfungskompetenz bezüglich ausbrechender Rechtsakte der Gemeinschaft innehabe, hat zu erheblichen Diskussionen in der Wissenschaft geführt. Diese Linie ist nach seinem Ausscheiden aus dem Senat vom FFG zwar deutlich relativiert, aber nicht ausdrücklich verworfen worden. Weitere wichtige Entscheidungen, an denen Kirchhof beteiligt war, waren die Euro-Entscheidung sowie die Entscheidung zu Somalia und dem AWACS-Einsatz. Seit 2000 leitet Kirchhof neben dem Lehrstuhl an der Juristischen Fakultät zusätzlich die Forschungsgruppe Bundessteuergesetzbuch an der Universität Heidelberg und erarbeitete dort ein eigenes Steuermodell, das auf den Grundsätzen eines sich aus dem Wirtschaftsleben heraushaltenden Staates basiert und das das Steuerrecht erheblich vereinfachen soll. Ab 2003 war Kirchhof Mitherausgeber der Christlichen Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Er war Ende 2004 bis zum 15. Juli 2006 Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank AG sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Leben. Außerdem war er Beisitzer im Vorstand der Görres-Gesellschaft. Kirchhof wurde die Ehrendoktorwürde 2006 durch die Universität Osnabrück sowie 2008 von der ukrainischen Freien Universität München verliehen. Er war Präsident des 65. und 66. Deutschen Juristentages. Von 2001 bis 2007 war Kirchhof Vorsitzender der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft. Kirchhof war vom 1. April 2013 bis 18. April 2015 Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Rechtsprechung Aus der Rechtsprechung sind folgende Entscheidungen hervorzuheben, an denen Kirchhof mitwirkte. Kinderexistenzminimum I, Kinderexistenzminimum II, Kinderexistenzminimum III, Eltern können, Wenn Sie einen Teil Ihres Einkommens zur Erfüllung Ihrer Unterhaltspflicht an Ihre Kinder weitergeben, auch nicht in der Weise verfügen, dass Sie daraus Steuern zahlen. Dieser Teil Ihres Einkommens gehört den Kindern. Der Teil kann nach der Rechtsordnung nicht den Eltern, sondern muss den Kindern zugerechnet werden. Familienlastenausgleich II, Gleichstellung von Familien und nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften hinsichtlich Kinderbetreuungskosten, Verfassungswidrigkeit von konfiskatorischen Abgaben, insbesondere Vermögensteuer. In diesem Urteil etablierte das Bundesverfassungsgericht unter Federführung von Kirchhof den später wieder aufgegebenen sogenannten Halbteilungsgrundsatz Zinsbesteuerung Eine Besteuerung der Kapitalerträge, die ausschließlich auf der Steuererklärung beruht, ohne kontrolliert werden zu können, leidet an einem strukturellen Vollzugsdefizit und verstößt deshalb gegen den Gleichheitssatz Maastricht-Urteil Euro-Entscheidung Finanzverfassung Entscheidungen zum Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern Finanzausgleich II und Finanzausgleich III Verfassungswidrigkeit des Kohlepfennigs Überhangmandate II Das Gericht wies durch Part eine Normenkontrolle zurück. Die Überhangmandate bei Bundestagswahlen und dadurch erhebliche Ungleichheiten beim Gewicht von Wählerstimmen rügte. Kirchhof gehörte der Fraktion im Gericht an, die die Überhangmandate und das bestehende Wahlsystem bestätigte. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt ist der Einfluss seines Wirkens erkennbar. Spekulationssteuerurteil Das Gericht erklärt Teile des Einkommensteuergesetzes für nichtig die Veräußerungsgewinne bei Wertpapieren belasten, solange ein strukturelles Vollzugsdefizit besteht und nur ehrliche Steuerpflichtige belastet werden. Politische Standpunkte Der Schutz sowie die Förderung der Familie bilden einen zentralen Punkt in der politischen Überzeugung Kirchhofs. Als Verfassungsrichter setzte er sich für eine Besserstellung von Familien und Kindern ein. Er argumentiert, dass es jedem freistehe. Ob er heiratet und Kinder hat, sollten jedoch alle oder bereits mehrheitlich die Menschen sich dagegen entscheiden. Würden, logisch zu Ende gedacht, Gesellschaft und Staat wirtschaftlich kollabieren. Daher sei es Staatsaufgabe, eine aktiv fördernde Position zu beziehen. Kirchhof spricht sich in der Familienpolitik für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus. Er fordert eine bessere Betreuung durch mehr Krippen und Kindergartenplätze sowie bessere Rückkehrgarantien zum Arbeitsplatz. Aber dezidiert auch eine Stärkung der Rechte von erziehenden, nicht arbeitenden Müttern. Kirchhof war Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Im Jahre 2002 hat Kirchhof in einem Vorwort zu einem Buch von Jürgen und Martine Lieminski über deren Familie mit zehn Kindern geschrieben. Die Mutter mache in der Familienkarriere als Familienmanagerin, gebe sie ihren Kindern vor allem Zeit. Sie gibt ihnen auf dieser Grundlage Zärtlichkeit, Zuwendung und ein Zuhause. Auch der Vater sieht seine erste Verantwortung in seinem Familienberuf und erst dann in seinem Erwerbsberuf. Der Vater erziehe die Kinder in ihrer Zugehörigkeit zur Familie, Staat, marktwirtschaftlicher Ordnung, Kulturgemeinschaft und Kirche. In der Folge wurde dieses Plädoyer als grundsätzliche weltanschauliche Stellungnahme wahrgenommen. Und zum Teil, beispielsweise von Bundeskanzler Gerhard Schröder im TV-Duell mit Angela Merkel als reaktionär und anti-emanzipatorisch kritisiert. In späteren Interviews verwahrte sich Kirchhof gegen diesen Vorwurf und verwies darauf, dass sich das Vorwort ausdrücklich auf die zwölfköpfige Familie Lieminski in dem Buch beziehe, die zwar in ihrer Kindererziehung ein Ideal darstelle, das aber nicht als Maßstab für jedermann verallgemeinert werden dürfe, was aber im Wahlkampf 2005 böswillig geschehen sei. Die heutige Lebenssituation junger Frauen entspreche der seiner beiden Töchter und seiner beiden Schwiegertöchter, sie verbänden Familie und Beruf. In der Kontroverse um das Lebenspartnerschaftsgesetz im Jahr 2001 leitete Kirchhof aus Art. Sechs Grundgesetz der Ehe und Familie unter den besonderen Schutze der staatlichen Ordnung stellte ein Abstandsgebot ab, welches eine rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften mit der Ehe verbiete. Das Bundesverfassungsgericht folgte dieser Auffassung seines früheren Mitglieds nicht und entschied, dass das Grundgesetz eine besonders aktive Förderung von Ehe und Familie verlange, aber kein Abstandsgebot kenne. Im deutschen Rentensystem befürwortet er eine stärkere zweite Säue nach dem Kapitaldeckungsprinzip neben dem derzeitigen Kapitalumlageprinzip. Langfristig sogar den kompletten Umstieg auf das Kapitaldeckungsprinzip, dies allerdings mit staatlicher Unterstützung. Paul Kirchhof geht davon aus, dass in mittelfristiger Sicht die Beitragszahler nicht mehr für die Menschen in der Rente aufkommen könnten, da dann je nach Modell ein Rentner auf zwei Beitragszahler komme. Ökonomen argumentieren allerdings oft, dass auch kapitalgedeckte Systeme von der Alterung nicht unbetroffen bleiben. VGL Kapitaldeckungsverfahren Kirchhof wollte im Falle einer möglichen Koalition zwischen CDU, CSU und FDP in der 16. Legislaturperiode als Bundesfinanzminister die Steuerpolitik der Regierung umsetzen. Langfristig strebt er anstelle des in Deutschland üblichen progressiven Verlaufs der Einkommensteuer einen Grenzstufentarif von 15, 20 und 25 Prozent für alle Einkommensgruppen an. Freibeträge und Sozialausgleich sorgen aber auch im Steuermodell von Kirchhof für eine indirekte Progression des Durchschnittssteuersatzes. Im Jahr 2011 legte Kirchhof seine Vorschläge zur Reform des Bundessteuergesetzes vor. Kirchhof hat sich lange gegen eine Mehrwertsteuererhöhung ausgesprochen, wollte sie dann aber im Zusammenhang mit einer Senkung der Lohnnebenkosten und einer Ausnahme für den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent mittragen. Inzwischen bezeichnet Kirchhof die vom Bundestag Ende Mai 2006 beschlossene Erhöhung der Mehrwertsteuer unumwunden als verfassungswidrig. Er ermuntert sogar jeden, Verfassungsbeschwerde dagegen einzulegen. Die kontrovers diskutierten Vorschläge von Paul Kirchhof werden im Artikel Kirchhof-Modell beschrieben. Die Reform des Rundfunkgebührenmodells zum 1. Januar 2013, die nicht mehr Personen- sondern Haushalte abgabenpflichtig macht, geht auf ein Gutachten Kirchhofs im Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio zurück. Sein jüngerer Bruder Ferdinand Kirchhof ist Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts und entscheidet mit über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Kirchhof brachte am 22. März 2013 seine Meinung über staatliche Rettungsschirme in einem in der Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichten Artikel Wachstum ohne Wert zum Ausdruck. Kreditfinanzierte Rettungsschirme wirken destabilisierend. Ämter Paul Kirchhof ist seit 2011 Mitglied der Jury des Hans-Martin-Schleier-Preis der Hans-Martin-Schleier-Stiftung. Werke Bundessteuergesetzbuch Ein Reformentwurf zur Erneuerung des Steuerrechts CF Müller Verlag Heidelberg 2011 ISBN 978-38114-54293 Das Maß der Gerechtigkeit Bringt unser Land wieder ins Gleichgewicht Drömer, Knauer, München 2009 ISBN 978-3426-554067 Das Gesetz der Hydra Gebt den Bürgern ihren Staat zurück Drömer VG München 2006 ISBN 3-426-27407-8 Die Erneuerung des Staates Eine lösbare Aufgabe Herder, Freiburg 2006 ISBN 3-451-2907-4X Freiheitlicher Wettbewerb und staatliche Autonomie Solidarität in Ordo Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft BD 56-2005-S 55-60 Perspektiven eines modernen Steuerrechts Festschrift für Hermann Otto Solms Berlin 2005 ISBN 978-3-503-0908-1-5 Der Weg zu einem neuen Steuerrecht Klar, verständlich, gerecht 2005 DTV Taschenbücher BD 34216 ISBN 3-423-342161 Mit Josef Isensee Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland Dritte Auflage Derzeit 10 Bände C.F. Müller Verlag Heidelberg Einkommensteuergesetz Kompaktkommentar C.F. Müller Verlag Heidelberg Zehnte Auflage 2011 ISBN 978-3-8114-2104-2 Einkommensteuergesetz Großkommentar Mit Hartmut Sön und Rudolf Mellinghoff Loseblattwerk 20 Ordner 1987 bis 2013 ISBN 978-3-8114-1213-2 Einkommensteuergesetzbuch C.F. Müller Verlag Heidelberg 2005 ISBN 3-8114-5136-7 Der Staat Eine Erneuerungsaufgabe Herder 2005 ISBN 3-451-05555-4 Der Staat als Garant und Gegner der Freiheit Schöning 2004 ISBN 3-506-71772-3 Der sanfte Verlust der Freiheit Besteuerung im Verfassungsstaat Beiträge zur Ordnungstheorie und Ordnungspolitik 2000 ISBN 3-16147-4562 Maßstäbe und Verfahren zur Verteilung der Umsatzsteuer nach Art 106er B.S. 3 und A.B.S. 4S. 1GG gemeinsam mit Wilhelm Geiger, Karl Heinrich Hansmeier, Karl Maria Herdlage, Gunther Kisker, Fritz Ossenbühel, Dieter Puma, Klaus Vogel in Verwalten durch mittelbares Einwirken Heimann, Köln, U.A. 1977 ISBN 3-4521-82606 Punkt. Der Begriff der hoheitsrechtlichen Befugnisse in Artikel 33 Absatz IV des Grundgesetzes München 1968 Deutschland im Schuldensog Der Weg vom Bürgen zurück zum Bürger C. H. Beck, München 2012 ISBN 978-3-406-6404-3-8 Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 2010 erstattet im Auftrag der ARD, des ZDF und der Radio Ehrungen, Preis und Anerkennungen Folgende Ehrungen wurden Paul Kirchhoff zuteil Bundesverdienstkreuz Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst Klasse Konturkreuz des päpstlichen Silvesterordens Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg Lichtenberg-Medaille der Göttinger Akademie der Wissenschaften Bayerischer Verdienstorden Ehrendoktorwürde der Universität Osnabrück Ehrendoktorwürde der ukrainischen Freien Universität München Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst Kirchhoff hat folgende Preise verliehen bekommen Heinrich-Brauns-Preis Hayek-Preis Ludwig Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik Hans-Martin Schleyer-Preis für 2000 Georg von Hertling-Medaille des KV Eugen Bolz-Preis Oswald von Nellbräunen-Preis Reformer des Jahres 2003 von den Lesern der FAS und der INSM Meisterpreis des Handwerks Köln Paul Schnittger-Preis des Handwerks Münster Jakob Grimm-Preis Deutsche Sprache für seine Verdienste um die Sprache des Rechts und das deutsche Sprachenrecht Deutscher Mittelstands-Preis des Marktinternen Verlages U.A. wegen seines beherzten Eintretens für Redlichkeit und Praktikabilität im Steuerwesen Pforzheimer Wissenschaftspreis für Hochschule und Wirtschaft Buch des Jahres des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater Heinz-Herbert-Karie-Preis für Verdienste um das Gedeihen und den Ausbau des freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaats Ludwig Erhard-Medaille für Verdienste um die soziale Marktwirtschaft Hermann Ehlers-Preis Augustin Beer-Preis Publizistik-Preis der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung Goldene Peutinger-Medaille Sparlöwe Vordenker-Preis des Finanzforum VORDENKEN Schader-Preis EWS Award Preis der Deutschen Stiftung Eigentum Alexander Röstow-Plakette Ordosocialist-Preis Goldene Verdienstmedaille des Deutschen Familienverbandes Untertitelung des ZDF, 2020